Ja Leute, willkommen bei den Diesel Buddys! Ja, also keine Angst, die Kraft ist hinter Gittern! Da grinst du aber, der Geistler! Ja, ein ganz dickes fettes Grinsen! Bei jedem anderen Auto so aufgemacht, dann hätte er erstmal einen Gang zurückgeschaltet. Ich gebe ja kaum Gas! Aua, Aua! Ich glaube, ich muss den behalten. Ich glaube, der Olli braucht ein anderes Auto. Irgendwie schon. Du kannst ja jetzt mal einen Moment filmen. Lass du das mal? Mal ein bisschen die Fenster offen lassen. Aua, 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 Aua! Guck dir mal den Spacken an, ey! Hast du das gesehen? Ja, da drin auch schon. Ja. So ein Blödmann! Ja, da drin auch schon. Ja, da drin auch schon. Ja, da drin auch schon. Ich bin jetzt nicht mehr so viele fremde Leute da aufnehmen. Überheber auf Schmitz! Weil sie sich scheißen sich so an wie darf oder was? Gehen wir erstmal auf manuell. Und da bleiben wir erstmal. So, das ganze Ding ist jetzt verdammt schwer. Ja. Ja, so 25 Tonnen. Haben wir drauf. Sind drauf, ja. Ist die Motorbremse? Reicht schon völlig erstmal. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Alter! Da kriegt man echt feuchte Finger, ne? Jetzt kommt hier die Autobahn-Auffahrt. Ich mach mal hier bei mir zu, da hört man vielleicht mehr. Okay, volle Pulle. Da hat's noch keiner gemacht. Das klingt doch fies, ne? Das war's. Cool. Da hat man dann doch mal gewirrt. 70 ging schnell. Verdammt schnell. Na ja, gut. Dann schauen wir nachher nochmal an unseren Referenzbergen und so weiter. Ganz cool, ja. Tipp mal drauf. Ja, schon. Mal teste hier. Schöne Geräuschkulisse, oder? Ja. Kannst du auch schon nach vorne so ein bisschen so. Ja. Vollgas. 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 Hohoho. Scheiße. Hohohoho. Der kann jetzt viel beeindrucken, ne? Ja. Merkst du jetzt nicht, dass der über 40 Rombi geht? Der kann jetzt noch einen Gang weiter oben fahren können. Wahrscheinlich. Muss er sich erstmal rantasten. Ja. Wie der durchzieht. Ja. Boah. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Oh, da kommt dann Scania als Bus. Omnicity, die gibt es als 5 Zylinder, sehr geil. So wenig Verkehr hier und so viel Blödsinn unterwegs. Nichts. Schon 7-Jer Bullshit, muss ich sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020